Musik So hallo, nachdem wir euch das letzte Mal den Matze vorgestellt haben als neuen Offense Coordinator der Jugend, Wollen wir euch jetzt den Bill vorstellen, neuer Offense Coordinator bei den Herren. Vielleicht Bill, ein zwei Worte zu dir selber, deine Football Karriere kurz zusammengefasst? Ja, ich habe eigentlich als Kind gespielt, als kleiner Kind. Und dann, als ich 10 Jahre alt war, habe ich wirklich angefangen, zu spielen und zu arbeiten. Ich wollte meine Weights, ich hatte ein Set von Weights mit 10 Jahren. Und dann, das ist wo ich eigentlich angefangen habe. Und dann, ich bin durch High School und dann in der Universität in Colorado State. First, Division I School. Und dann, ich bin in den Southern Arkansas University, wo ich bin und habe meine Degree in Psychologie. Und dann, ich kam hier und angefangen zu spielen. Mein Bruder, ich habe Basketball mit O.B. Elschingen. Und so, das hat mich über hier gemacht. Und dann, ich bin hier immer seitens. Und dann, ich habe angefangen zu spielen in Augsburg mit den Ants. Actually, mit den Sparrows. Ich habe ein paar Sparrows mit den Sparrows gespielt. Die ersten zwei Sparrows, zwei Tutschdowns, das erste Spiel. Ja. Ja. Und dann, ich bin in Augsburg. Und dann, ich bin in den Munich-Cowboys, wo ich in der ersten Division auch mit den Cowboys gespielt habe. Und dann, ich habe angefangen zu spielen, weil ich eine Zeit selbst verwendet wurde. Und dann, ich habe angefangen zu spielen in Augsburg wieder in Augsburg. Und dann, ich habe angefangen zu treten. Bei den Spartans, wo siehst du die Herausforderungen? Du bist Regionalliga, du hast schon sehr viel selber gespielt in verschiedenen Ligen. Ja. Als Offense-Koordinator, was reizt dich? Ich sage, das Anrufen, die anrufen, die Menschen ... まあ, tatsächlich, anrufen, so wieso ... Nein. Nein. Ich meine, ich sage eigentlich, das ist einfach, einfach, meine Werkstatt, um mit ihnen zu tun. Ich bin wirklich auf Sport, Athletik und Logik. Wenn ich jemanden helfen kann, mit welchem Fitness, Sport oder so, dann mache ich es. Und ich liebe Fußball. Und ich mag das, dass es eine sehr schöne Gruppe von Leute gibt, ein sehr guter Turn-Out von Leuten gibt. Man muss nicht nachher schauen und sagen, ob man hier genug Leute hat. Alle sind motiviert und ich mag das. Dann herzlich willkommen. Danke. Danke.